Amnesty International Amnesty International bedeutet für mich dort zu helfen, wo Menschenrechtsverletzungen am Gange sind. Ich fand nicht gut, dass Amnesty International Aktionen plant Gäntumgerechtigkeit von dieser Welt. Ich fand nicht gut, dass alle Menschen bei Amnesty International engagieren können und seine Ideen auf den Durchbringern können. Den 10. Dezember ist ein Dach von den Menschenrechten. Dafür setzt auch er, gehört den 10. Dezember und wünscht dafür ihren Aussatz für den Menschenrechten zu weisen.